Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road to Knife Unboxing. Heute mal mit dem neuen Layout. Ich will das nämlich mal probieren. 10 Kisten am Stück hier aufzuhebeln. Sollte ja im Prinzip funktionieren. Und wie nice wäre es dann wenn ich wirklich was nices ziehen würde. Also ich habe hier heute Gamma 2 Kisten. Weil ich die Gamma 2 sehr nice finde. Und jemand von euch sie auch sehr nice findet. Aber das ist das ist neu oder? War das schon immer so Gold hinterlegt? Ich weiss es jetzt nicht. Aber die Animation ich finde es einfach über nice. Da hast du das Schloss. Da kommst du den Schlüssel rein. Und woop. Siehst du. Bullshit. Ja ja. So. Ich reibe jetzt einfach mal das knife. Gehörter öffnen. Aber die Animation ich finde das wirklich übelst nice. Komm. wieder Blue. Aber diese Animation wie die Kiste hier so runter droppt. Das bin ich jetzt auch durch ein Video von Bieber darauf gekommen. dass diese Animation hat der Bieber Nato. Also Sandro selber ja schon mal in einem Video verwendet. Ja was vor wenn ich zwei drei Jahren oder sowas mal sehr gemacht hat. Und da habe ich auch so ein wenig das Gefühl dass die das da abgeguckt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten sind das ok. Habe ich da schon zu viele Kisten? Weil ich habe ja schon zwei oder drei? Ich weiß es jetzt nicht. Aber das Luck bleibt dasselbe. Also ich habe bei dem Video wo ich mir als das. Es fällt mir jetzt nicht ein wie das heißt. Aber wie ich mir also bei dem letzten Video wo ich mir das angeguckt habe. Mit dem neuen Interface und diesem Ganzen habe ich eine AK. Ah da. Der Empress. Keine Ahnung ich glaube gerade noch Bullshit. Aber mir fallen die ganzen Namen gerade nicht ein. Weil da habe ich ja die AK Empress gezogen. Perkst du erst die Kiste? 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 Ist auch wieder dieser eine Moment wenn man ein Wort auf Deutsch und auf Englisch irgendwie sagen will. Und dann kombiniert man die zwei Wörter. Ich kann doch geben alter. Lass mich reinlacken. Aber ganz ehrlich das macht halt übelst Bock ne. Ich könnte das. Ich könnte noch 50 Kiste glaube ich auch geben. Das ist keine Ahnung. Der wird geäußt wieder Bad Money machen. Wow. Also die Nägel passt da schon fast gar nicht mehr rein ins Bild. Fettes Ding. Aber es ist ja wie sonst auch immer nur blau oder violett. Aber nicht mal wieder. Wollte ich gerade sagen nicht mal ein Pink Skin. Aber es kommt dann doch einer in Battle Game rein. Bist du so neuesten einen Pink Skin. ist hat was so letzte kiste oder habe ich mir glaube ich nur einen kies gekauft ich weiß es muss ich dann noch mal durch die ja ganz ehrlich irgendwie keine ahnung jetzt habe ich zwei redskins gezogen also jetzt heute nur ein redskin einmal rot einmal pink das letzte mal auch einmal rot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ja es waren aber zehn kisten da habe ich mir einfach eine kiste zu viel gekauft dann werde ich die irgendwann anders mal in den anders mal aufhebeln aber abgenutzt und die mp9 ist battlegaben minimal ja wenn overall ist ja kann ich mal kurz nachgucken was die wert ist aber ich schätze jetzt fünf euro maximal das ist nichts ist zwar ein redskin aber trotzdem preis liegt gerade bei 1 euro 70 eigentlich wahnsinn ist glaube ich die glock sogar noch mehr wird oder auch nicht die 60 sind die leute sollte anscheinend nicht sein dabei ist ja egal diese erste zweite folge so zu sagen da habe ich ja noch luft auch oben wenn ich das mit der roto club unboxing vergleiche weil da bin ich ja schon bei folge 25 oder 26 weiß ich es jetzt nicht ja wenn da oben würde ich mich freuen schreibt mir in die kommentare welche kiste ich beim nächsten mal aufhebeln soll was sind eure empfehlungen wo habt ihr bis jetzt am meisten glück gehabt würde mich mal interessieren vielleicht habe ich dann diese kiste auch beim nächsten mal auf und dann würde ich mich noch freuen wenn ihr mich weiter empfiehlt am euren freunden familien oder whatever auch immer weil jetzt am stack ich gerade wieder mit den abos zur ersten zeit mit den road to 1k weil da habe ich dann auch schon sage ich mal ein giveaway in planung dafür und dementsprechendes und ja es ist nur noch eine frage der zeit wann das giveaway bzw die 1k kommen ansonsten auch noch bis zum nächsten mal euer alex